Mein Name ist Quetsch. Bin ich gruselig oder boah? Ist der Untainment Dino einfach nur ein Kuscheltier? So, herzlich willkommen. Wir haben netterweise von den Untainment Dino Fingerspiel Dinosaurier Scratch bekommen und wollen den jetzt mal testen. Was ist denn hier? Hier. Auskopf. Schüffel immer. Wie findest du deinen Untainment Dino? Ich finde ihn gut, weil er verschiedene Geräusche macht und wenn er schläft, dass er die Augen so macht und den Kopf halt so bewegt. Was findest du nicht gut? Diese Lautstärke, wenn er lieb ist, ist die okay, aber wenn er böse ist, ist die nicht so okay, weil er hätte da lauter sein können. Okay. Aber findest du gut? Spielst du mit? Mhm. Ja, dann sagen wir mal Danke. Wir sagen Tschööö.